Ob auf internationalen Laufstagen oder getrennt von Stars wie Rihanna und Alessandra Ambrosio, die Latzhosen feiern ihr grosses Comeback. Dass die Latzhose nicht nur trendy, sondern sehr wandelbar ist, zeigt Stylistin Luisa Rossi. Jeans gehören zu meinem Lieblingsbekleidungsstück und die Latzhose noch viel mehr. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie immer wieder als Revival aktuell ist in der Saison. Heute zeige ich euch die Latzhose, wie man sie anders aussieht. Nehmen wir die, die ich zu Hause habe. Die ist riesig, da passen zwei Luisa drin. Die brauche ich höchstens zum Malen oder zum Putzen, nicht mehr. Aber die, die ich hier habe, sind Stylistin. Die habe ich hier bei Pepe Jeans ausgesucht. Vier Stücke und die zeige ich euch in vier verschiedenen Looks. Das erste Outfit ist lässig und dezent. Und die Latzhose, also den Styl, habe ich so von der Farbe her, mehr im Pastell. Also sehr leichte Farbe, nicht zu starke. Und der Stil eigentlich vom Ganzen ist so ein bisschen leicht trendy Look. Also mit einem schlossenen Hümmli oder mit flachen Schuhen und Detail auf Socken gesetzt. Auch bei diesem Look macht man beim Flanieren garantiert eine gute Falle. Ich hoffe, euch gefällt meine Kombination. Ein bisschen schickeres Street Look. Ganz einfach zusammengestellt. Aber wichtig sind natürlich die High Heels. Ein einfaches T-Shirt, ein bisschen gestreift. Ein schönes Jäckli, am liebsten Farbe, damit man ja auch nicht auffallt und die Tasche darf nicht fehlen dazu. Et voilà! Ganz elegant ist die Abigarderobe. Dank Stilettos, verspielter Bluse und Krawatte. Also das Suchtpotenzial ist nämlich da. Ich lasse es kommen, sie kannst du wirklich für alles brauchen. Wenn du ein bisschen Mut hast, kannst du sie für den Abigsauce teilen, dass du sie schick ausgehen kannst und auch dann noch gute Falle machst. Sandalen, Bikini und Tanktop. So sieht der perfekte Beachlook aus. Ein schicker Hut, eine bequeme Strickjacke und eine coole Sonnenbrille machen das Outfit komplett. Ich habe nicht zu viel versprochen. Latzhosen lassen sich wirklich vielseitig kombinieren. Ich hoffe, dass ich euch auch ein bisschen damit motivieren konnte, sie mal ein bisschen anders anzuschauen und vielleicht auch zu kaufen. Auch wir wünschen viel Spass mit der vielseitigen Latzhosen-Mode. Bis zum nächsten Mal.